Die Weber Temperatursteuerung mit der Tuya Smart App Modell HP100-2 und HP106-2 Legen Sie als erstes eine Batterie mit der Kennung CR2025 oder CR2032 in den Temperatursensor ein. Starten Sie die Heizplatte über den Kippschalter. Die Heizung piept nach erstmaligem Einschalten. Zudem blinkt die rote LED-Funktionsleuchte. Diese signalisiert, dass die Infrarotheizung nun gekoppelt werden kann. Registrieren Sie sich im Vorfeld in der Tuya Smart App. Diese ist im Google Play Store und im App Store herunterladbar. Öffnen Sie nun die App. Sie haben die Möglichkeit, die Heidenfeld-Infrarotplatte mittels zwei Varianten zu verbinden. Variante 1. Koppeln mit Bluetooth und WLAN. Drücken Sie auf Gerät hinzufügen. Im Anschluss werden Ihnen die beiden Statussymbole WLAN aktivieren und Bluetooth aktivieren angezeigt. Folgen Sie bitte beiden Aufforderungen und aktivieren Sie beides. Geben Sie zusätzlich noch Ihren Standort frei. Die Platte sollte nun automatisch gefunden werden. Hier erscheint das Feld Geräteerkennung läuft und die Heizplatte wird dargestellt. Klicken Sie jetzt bitte auf Hinzufügen. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und achten Sie darauf, dass die WLAN-Verbindung in Ihrem Router auf 2,4 Gigahertz läuft. Die Kopplung kann hier bis zu zwei Minuten dauern. Klicken Sie im Anschluss auf Fertigstellen. Sie sind nun erfolgreich gekoppelt. Die App öffnet sich und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft rot. Funktioniert die Kopplung durch Variante 1 nicht, so haben Sie alternativ noch folgende Möglichkeit. Variante 2. Koppeln des Geräts über die manuelle Suche. Prüfen Sie, dass die LED-Anzeige rot blinkt. Öffnen Sie nun die App. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Wählen Sie hier in der linken Spalte Weitere. Nun wählen Sie den Anschluss Wi-Fi aus. Auch hier geben Sie das WLAN-Passwort ein und achten auf die 2,4 Gigahertz-Verbindung zum Router. Bestätigen Sie im nächsten Schritt, dass die LED-Anzeige schnell blinkt. Und warten Sie wieder bis zu zwei Minuten. Die Platte sollte nun gefunden werden. Klicken Sie auf Fertigstellen. Die App öffnet sich. Die LED-Anzeige leuchtet jetzt auch dauerhaft rot. Die aktuelle Raumtemperatur wird mittels des Temperatursensors angezeigt. Hier im Beispiel haben wir eine derzeitige Raumtemperatur von 21 Grad. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten mittels der App-Steuerung. Über die Ein-Aus-Taste die Platte ein- oder auszuschalten. Mittels der Plus- und Minustaste kann die Temperatur von plus 5 Grad auf bis zu 40 Grad Celsius eingestellt werden. Modus 1 – Automodus In diesem Modus kann die Heizung manuell betrieben werden. Hier sind keinerlei Eingaben zum Thema Wochentag, Stunde etc. erforderlich. Alles, was Sie tun müssen, ist über die Plus- und Minustasten die Wunschtemperatur einstellen und die Heizung wechselt automatisch in den Heizmodus. Hier schaltet sich die Platte nur aus, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, die Heizung ausgeschaltet wird, bei einem Stromausfall oder falls der Modus von Auto auf Smart gewechselt wird. Die Funktionsleuchte der Platte leuchtet jetzt ebenfalls grün. Die Platte ist eingeschaltet und in der App wird das Symbol Aufheizen angezeigt. Modus 2 – Smart Modus In diesem Modus reagiert die Heizung nur, wenn diese programmiert ist. Sie haben nun die Möglichkeit, die Parameter einzeln für jeden Wochentag zu bestimmen. Möchten Sie den Programmiermodus starten, klicken Sie auf den Smart Modus. Wählen Sie die Einstellungen aus und per Routine kommen Sie nun zur Zeitfensterauswahl. Hier wählen Sie bitte folgendes. Wochentag auswählen – Montag bis Sonntag. Start- und Endzeit bestimmen – 0 bis 24 Uhr. Wunschtemperatur auswählen – 5 Grad bis 40 Grad. Sind diese Einstellungen ausgewählt, wird die Heizung zu den von Ihnen ausgewählten Zeiten automatisch gestartet und ausgeschaltet. Hier müssen Sie nichts weiter beachten, da die Einstellungen in der Platte gespeichert werden und die Wochenprogrammierung selbstständig ausgeführt wird. Hinweis! Ist das passende Zeitfenster ausgewählt, wechselt die Anzeige von Standby zu Aufheizen. Die grüne LED-Leuchte an der Rückseite leuchtet und die Platte heizt wie in der App angegeben. Man kann hier gleich die ganze Woche planen und einstellen. Der Winter kann kommen – mit Heidenfeld. Warm, wärmer, Heidenfeld. Um Menschen zu ver only hören, schauen Sie um daspadken. Alles ist flexibilität. pokemon wirklich auswählen – und kommtme 100 Grad auf ein juns salted hoch und kommt. ? kommen Sieそうですね?